Wir, meine Damen und Herren, spielen Animal Crossing. Wir werden beide auf eine unterschiedliche Insel ziehen und beide versuchen, so weit zu kommen, wie es geht, und dann unsere Inseln gegenseitig auch besuchen. Sollen wir uns so nennen, wie wir heißen, oder sollen wir uns so anders nennen? Ja, anders, oder? Ja, okay. Ich hab einen Namen. Wie hast du deinen Charakter genannt? Mr. Bean. Ich bin dieser Luke. Oh, ich muss jetzt meine Insel benennen. Hast du es schon gemacht? Ja, Malle. Kam hier als Vorschlag, fand ich super. Leute, habt ihr eine Idee, wie ich meine Insel nennen soll? Los Lucros. Oh mein Gott. Best CD ever. Guck mal, was haben wir denn alles? Was hast du in deinem Ding, Luca? Ich hab eine Lampe. Und ein Radio. Ich auch, oder ich auch. Ich hab auch ein Feldbett, was richtig bodenlos aussieht. Welche Farben hat dein Feldbett? Das sieht so aus wie diese Streamer, die im Hintergrund so diese komischen Dreiecke an der Wand haben. Ja, aber mir auch. Welche Farben hast du? Blau, Weiß und Orange. Ich hab Blau, Weiß, Grün und Orange. Leute, haben wir das gleiche Feldbett? Ja. Wie drehe ich das denn? Ihr kennt ja meine Theorie. Ich finde, man muss mit dem Kopf zur Tür liegen. Wie drehe ich das denn jetzt? Ah, so. Okay, ich hab's gedreht. Okay. Geh mal schlafen. Ein Schläfchen. Wie schläft man? Kann es sein, dass du dumm bist? Ja, ich hab hier was. Als Dank für die Hilfe mit dem Zelt. Guck mal, Sander, dafür, dass ich Benjamin sein Zelt da aufgestellt habe, habe ich jetzt eine Cap bekommen. Total toll. Tja. Egal, welche. Ich hab schon mal ein... Oh! Ah, was ist denn halt schon okay. Ein Krebs? Ein Einsiedlerkrebs. Leute, das ist zwar irgendwie... Oh Gott. Was war das denn, Digga? Boah, guck mal, was ist ein Karpfen. Guck mal jetzt. Tschüss, mach's gut. Geil. Was ist das denn? Warum ist der denn abgehauen? Egal. Komm, Junge, komm. Er ist an. Komm. Da ist ein richtig leckerer Wurm dran. Oh mein Gott, ich hab ihn. Ich hab ihn, ich hab ihn. Ich hab einen Riesenfisch. Oh mein Gott. Ich hab einen Seebarsch. Yeah, mega nice. Ich zeige euch jetzt meinen Seebarsch. Mein Seebarsch. Cool, freut mich. Okay, wir sind jetzt einmal im Kreis gelaufen um unsere Insel rum. Da unten ist noch ein bisschen. Schauen wir nochmal. Ich will halt eben so einen Krassen. Leute, was ist das? Was ist das? Ist das... Leute, ich hab eine Flunder. Sieht vom Gesicht her aus wie Sandy. Das war jetzt nicht so witzig. Ey, der gibt mir nur 1000 Sternis für 999 Unkraut. Dann muss ich auf 500 Unkraut. Nee, 5000 Unkraut. Hab ich Bock? Ich hab kein Bock. Wir nehmen mal ein bisschen Essen runter. Uh. Ah! Sandy! Was? Bei mir sind Hummeln. Oh nein. Mein Auge ist kaputt. Oh, das ist traurig. Leute, so was wie Sanddoller und Muscheln und so Wespennests auch verkaufen. 5300 Sternis. Vier mal dankt. Das ist der Mann oder... Nein. Oh, nee. Wo wurdest du denn gestochen, Laser-Luka? Sandy. Kann grad nicht. Okay. Ich werde von dem... Verdammt! Schwarm von Hummeln! Verfolgt! Geh zu Luke rein! Oh, Mann! Ach, ich muss in mein Haus gehen. Gut, mein Fehler. Wie im echten Leben, Alter. Nur beim Arzt bin ich hier. Lächter! Erstmal ein Drittel meines kompletten Vermögens nur für Medizin hier ausgegeben. Aua! Also, ich würde jetzt gerne die Bäume hier weghaben. Erstmal bei mir vom Haus. Ich würde aber noch mehr verkaufen. Und zwar... Meine Axt ist explodiert! Mist. Markierung für Eugenes Zelt. Ja, dieses blöde Museum sehe ich halt eher so hier. Neben dem Rathaus oder so. Hehehehe. Da bin ich noch Skorpion. Ich muss die DIYs erlernen. Aber wie erlern ich die DIYs? Oh, mein Gott! Oh! Zelt, ich glaube, ich bin gestorben. Echt? Ein Skorpion hat mich gebitzen. Ich wollte es gerade fangen und mich leise anschleichen. Kleine Hode. Oh! Wie kriege ich das Ding? So. Wie kriege ich den? Schleuder! Ich brauche eine Schleuder! Benji, aus dem Weg! Die ist keine Schleuder! Die ist jetzt weg. Ach, schon leck. Ach. Ich rach komplett aus! Eine Backele! 1000 Sternisack! Ein paar Sekunden später. Du hättest das Geld wieder einpflanzen müssen. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Also habe ich jetzt... Dadurch, dass ich das Geld ausgegraben habe, hat mich wieder was falsch gemacht, oder wie? Das Geld rausgraben war richtig, aber das Loch zumachen war falsch. Oh, ich habe Post. Wie öffne ich denn die Post? Kann es sein, dass du dumm bist? Höh? Sander, bei mir ist ein Toter! Und jetzt? Gulliver! Ich muss den so lange ansprechen, bis der aufwacht. Dann schenkt er dir was. Brauche ich noch 5 Minuten. Ja, komm, der kriegt die 5 Minuten. Ansprechen nicht fangen. Ja, beruhigt euch. Der soll doch noch schlafen. Wenn wir noch 5 Minuten haben, dann kriegt er von mir noch 5 Minuten. Nur wenige Minuten später. Putz, Junge! Gulliver ist wach! Let's go! Richtet der gerade eine Knarre auf mich? Ich mache mir in die Hosen. Ach, das ist dein Handy. War halt dein Briefkasten im Auge. Ich dachte, der schenkt mir jetzt was. Ne! Der schenkt mir jetzt nichts! Oh mein Gott. Blöd Mann. Morgen per Post, du Vogel. Der einzige Vogel hier ist dieser Gulliver. Mache ich mal ein Bild von Gulliver und mir hier. Mache ich mal natürlich, dass ich mich immer verlassen. Gulliver. Ah! Mann! Etwas herstellen. Komm, ich mache jetzt einfach ein Foto. Alter, ist der denn so blöd? Ey! Dann aber Gymnastik. Boah! Ich habe nicht, Luca! Hä? Es ist doch so blöd alles. Ja, Leute. Sorry, dass es jetzt so ein bisschen abrupt zu Ende geht. Aber ich bin seit dreieinhalb Stunden live. Mein Essen ist da. Ich habe übelsten Kohldampf. Danke euch auf jeden Fall für den geilen Stream. Folgt mir auf Instagram, atlaserluka. Da kündige ich Streams immer als erstes an. Ansonsten auch hier auf Twitch gerne reinfolgen. Ist kostenlos. Und ihr werdet benachrichtigt, sobald ich live gehe. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Und wir sehen uns morgen in einem neuen YouTube-Video wieder. Und da, ich sehe einen deutschen Lal欺en. Der wunderschönen runter. Ist das auch ok-Cola?